Einen wunderschönen Wünsch ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Survivor. Ich würde erstmal den hier draußen angehen wollen. Seid schon zu zweit? Gut, dann geh ich wieder. Dann geh ich hier hoch. Wissen wir denn schon, was es von Kill-Uls ist? Oh. Ein Ghostface. Ah! Oh! Ah! 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 Ja, geh mal weg! ich muss hier raus ich muss hier raus hab dich! komm, raus hier! sehr schön hier blockiert mich manisch Da geht's. Kann das mit dem Drehen nicht? WIIIIII! Geht nicht! Es ist gut, dass sie den mal runter geholt haben und geheilt. Was ist denn das schon wieder vor ne Runde? Wer hat die gesehen? Ich fass es nicht! Du guckst dir ganz klar mit Ghostface, oder? Back here! Kannst du mich heilen? Danke! Na ja, gut! Können wir jetzt ihn durch? Schrei doch nicht nur so rum! Mache Güte! Hier hinten ist er! Ich weiß gar nicht, warum ich die Wackzeugkiste mit habe! Ah, dann dort hinten! Sehr schön! Der ist schön weit weg! Jagen sich noch! Wir müssen ziehen! Jetzt sind wir zu drin, jetzt gehts schneller! Mia ist einwandfrei! Ich hätte schon lange die Lust verloren als Killer! Schau! Ich opfere mich! Wo ist er? Ich bin Dania! Ich hole dir! Ich bin Dania! Okay! Vielleicht lässt er uns in Ruhe heilen! Ich bin Dania! 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 Okay! Hier rennt rein! Gut! Na ja! Dann mach ich jetzt den Jenny! Ich bin hier! Ist das echtソ SD rather? Teil Gud cruel der BannBonICA sind oder? Oh das, die andere Seite! Leck mich am Arsch! Er ist tot. Ich stürze mich um dann mitten rein. Das mag ich nicht. Ich würde lieber gerne versuchen, hier mal ein Jen durchzukriegen. Die haben die richtig gut aufgeteilt. Wie heilt sie sich jetzt? Nervös. Ich wusste, es kann überall sein. Aber jetzt ja. Okay. 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 Wir haben es gleich. Ich bin jetzt gleich fertig. Okay. Okay. Ich bin gleich fertig. Ich bin jetzt ein Mensch. Der macht das andere Tor, okay? Dann mache ich mich auf das Tor. So, jetzt gehe ich aber raus, tschüss, du machst es mir egal, ich gehe. Naja, das war mal eine vernünftige Runde, würde ich sagen, war vernünftig. Ah, wieder einschalern das, sehr schön. Oh, wir sind bald Gold, ich bin bald Gold, ich bin bald Gold. Yeah, yeah. So, GG. Oh ne, doch nicht so, GG. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Das war's. Ciao.